Weißt du, das Problem ist, jetzt bin ich wieder in der Eiswandschap. Oder auch nicht. Keine Sorge, Thilo, du brennst, dir wird nicht kalt. Thilo gehört zu den Kelten. Und zu den Rumspringern. Nein, ich gehöre zu den Chatten. Nee, zu den Rumspringern. Was ist, ähm... Ja, da war gerade wieder so bei mir ein Spiel, ich hab quasi auf den Creeper oft genug eingeschränkt, dass der stirbt, aber der war halt da quasi hängend, war der da in einer Explosion. Ja, ich weiß, jeder Server ist nicht so der Fall. Da hab ich mich dann gefragt, hmm, explodiert der jetzt noch, oder... Der hatte keinen Bock dazu. Der Creeper. Wieso ist das denn immer noch nachts? Was ist denn das? Ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt hier gleich rausgehe, dann... Ich verschritte. Aber ich glaub, das ist ein Schaf. Das ist ein evil Schaf. Ich geh einfach raus, ohne zu gucken. Was da ist. Das sind nur Schafe. Schafe. Hey, Jonas, ich mach mal Creeper in deiner Tour, sowas ähnliches wie Pudding. So, nur Hausaufgaben zu machen. Ja. Hey, da rennt irgendwer. Ich. Das könnte ich sagen. Hallo, Jonas, ich bin das Empfangskomitee. Wenn du mich jetzt gleich auch noch angreifst, dann kriegst du von mir Fett auf die Flasche. Alter, ich hab nur ein Holzblatt, ja. Ach, ich hab ja... Ich hab wirklich keine Rüstung an. Alter, Junge, ernsthaft. Rädchen aus unserer Klasse brauchen definitiv einen Computerkurs. Jetzt hat die, äh, jetzt hat mich die Sophia gefragt, wie geht ein Screenshot oder wie das heißt? Das ist... So eine Frage sollte man... Boah, Dani, du... Du bist einfach ein Superheld. Alter, der hat sich wirklich probiert. Wieso hab ich denn... Die sind euch stehen eigentlich gar nicht mit was oder gar wen, oder? Hä? Wieso hab ich keine Rüstung an? Hab ich... Hab ich mir die... Ach, ich hab mir die gar nicht wieder gecheatet, als ich da... Ne, scheiße! Ah, ich bau die mir jetzt einfach selber, was solltet ihr jetzt? Alter, wo geht denn hier stelle ich Creeper hoch? Das weiß ich aber auch nicht. Ich hör die ganz nah. Ah, ich weiß wo beim See. Jonas, ähm, bei mir ist ein Spielbug. Ach, du Scheiße! Das ist kein Spielbug. Alter, ihr habt grad ein Skelett gleichzeitig auf mich geschossen, wie ein Creeper irgendwo hochgegangen ist. Ähm, Jonas, ich bin explodiert, ich bin gestorben und ich weiß nicht, wo meine Sachen sind, weil die hier nicht rumliegen, wo ich gestorben bin. Äh... Ach, da liegen sie ja! Mitten im Schweinzgehege! Oh ja, alle in die Luftflucht. Ich hab sie gesucht, das gibt es doch nicht. Alter! Alter! Boah, ich hab wenigstens denn einen Erdplot bekommen. Tilo, willst du nochmal brennen? Nein, Zombies, bitte sterb nicht, bitte sterb nicht! Tilo, willst du nochmal brennen? Nein! Wenn du das machst, mach ich, ist das Feld kaputt. Äh, dann kriegst du von mir auch fett auf die Fresse. Wenn du das mal einst, dann sag ich deine Sachen an. Daniel, wir können ja alle mal auf die Fresse. Nein, 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 nein. Ja, weil wir... Alter, jetzt, hier so eine geile Rüstung an. Alter, Daniel, gib mir mal eine geile Rüstung her. Du hattest nie eine Rüstung, Stein. Dann hab ich den Helm und den Harnisch. Stein, du hattest noch nie eine Rüstung gehabt. Natürlich hatte ich eine Rüstung. Ah, deine Mutter. Ach, scheiße, wo sind noch mehr Monster? Ich will noch mehr Monster. Schlag mich einmal, Freund. Ja. Ach, scheiße, ich brauch Monster. Ich brauch Experience. Okay, ich muss jetzt ausmachen. Ausmachen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Juni. Jonas wird dich sehr vermissen und wird traurig sein. Ja. So. Boah, Alter, ich will mehr Monster haben. Tschüss, Stein, kannst auflegen. Morgen sehen wir uns. Ja. Daniel, ich will... Warum gehst du raus? Ähm, ich hab keinen Bock, dass ich wieder meine Chats lese. Und dann kommen wir so ein dummer Creeper von hinten, weißt du. Wieso stellst du dich nicht auf beschäftigt während der Aufnahme? Warum denn? Deutlich. Alter, deine Monster-Farm sieht ja ziemlich cool aus, Jonas. Das freut mich. Ta, geht jetzt doch noch auf. Äh. Der Tilo ist noch im Gespräch drin, ne? Dann hab ich 30 Level. Hallo, der Tilo ist noch im Gespräch drin, ne? Ja, und? Freu dich dran. Freu dich dran, dass dein bester Freund online ist. Hi, hi, Jonas. Hey. Moin. Tschüss, ihr Nougat. Alter, wieso verwendet der... Nein, Schwein, du sollst hier nicht raus. Wieso verwendet der das Wort Nougat schnitten? Das darf er nicht verwenden. Kannst du einfach verpixeln. Tja, nee, das geht nicht schon. Das ist doch schon klar. Also Nougat schnitten, ne? Das ist von Pete Smith, also was, wenn wir hier wohl, ne? So nicht, eigentlich nicht. Alter, der darf das nicht verwenden, verpixelt das einfach. Nein. Wieso schreibt er die ganze Zeit Nougat schnitten? Hat er denn nichts Besseres zu tun als Nougat? Tja, der kennt Pete Smith noch nicht mal. Oh, du hast nen YouTube-Kanal gesagt. Wow, hab ich nen YouTube-Kanal gesagt. Die 2KX-LP. Eigenwerbung. So, und jetzt hab ich eigentlich noch vorgehabt, ne Verbindung dahin zu bauen. Ach, steil in der Marsch, kennst du Pete Smithy. Und wenn du jetzt im Server... Ja, ich weiß auch, dass du noch im Gespräch bist. Kann ich mal nachmachen, damit Monster rauskommen? Es ist... Nein. Aber ich will XP haben. Junge! Ich hab keine Lust, hier zu tun. Tja, gehst du wohl nicht zu meinem Haus raus? Ich bin gar nicht in deinem Haus. Du musst in die Tiefe gehen. Du warst grad in meinem Haus. Nein. Ich stand da vor meinem Haus. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, wie dein Haus aussieht. Wolltest du nicht irgendwie aufgehen oder uns verlassen? Nein. Oh, ich bin nicht. Du bist wohl in meinem Haus so kleinere Sackrate. Ohohohoho. Nö, tja, Stein, wenn du jetzt nicht mal auf dem Server bist, um zu trollen, äh. Ich will ihn verbrennen und der geht einfach weg. Tja, der ist halt so ein richtiger kleines weicherer Kind, ey. Ein richtiger dicke Klöte. Äh, Daniel, ich mach dir hier eine Truhe vor meinem Haus. Eine einzelne Truhe neben meinem... Wo halt das ganze Zeug ist, was ich noch vom Kilo hab. Kannst du dir dann abholen. Scheiß Bug. Wie gefällt's dir beim Brennen? Wo ist er denn jetzt hin? MrZug99, burn to death. Ja. Das ist nirgendwo Sand. Das tue ich immer wieder gerne. Geil. Glaub doch. Ich geh mal in die Hölle und töten, damit ich XP krieg. Alter, gibt's das? Scheiße. Das ist ja Wasser. Oh Gott. Wasser. Wasser ist echt pures Gift, ey. Ja, muss... Ist ja wirklich so, wenn du... Wasser ohne Mineralien ist tatsächlich wirklich pures Gift. Ich setz die Lohm-Server, ich komm noch mal drauf. So, dann muss ich jetzt hier dicht machen. Ach, ich nehm mal meine Diamantspitzsack mit in die Hölle. Alter. Alter. Was ist das jetzt hier für Bugs Bunny und so? Alter. Knick-Nugatschnitte. Du kleine Kümmerkne-Klugatschnidä. Schnuggerkenschnitte. Ah. Was ist... Was ist... Warum hast du Daniel geschrieben, du minderwertigte Sau? Uiuiui. What the fuck? Ich bin grad fast auf dem Höllenportal gefallen. Oh Gott, wie schlimm. Na? Alter, der Server aktualisiert sich mal wieder wie ne 1. Daniel, du Gliedfächer. Ah ja. Oh cool, ein Magma-Slime. Das sehen die meisten. Aber nicht. Alter, geil. Ich hab ein Magma-Slime gefunden. Was bringen Magma-Slimes? Schleim... Äh... Schleim... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab so Schleimbälle mit irgendwas... Keine Ahnung. Oh Gott, ganz viele kleine Slimes. Daran hab ich nicht gedacht, dass da ganz viele kleine Slimes rauskommen. Klar. Ja, daran hab ich nicht gedacht. Alter, da kommt mir ja übel. Oh, Alter, wie viele Quellen-Slimes kommen da raus. Das ist ja übel. Boah. Übel. So, ah, ich weiß, was da rauskommt. Magma-Creme. Genau so heißt es. Eiscreme. Magma-Creme. Schmeckt auch viel besser und ist heiß. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ganz, ganz, ganz heiß. Tilo, wo bist du? Ich werd dich auch nicht schlagen. Okay, dann komm mal schön in den Eis. Nur anstupsen, freundschaftlich. Ja, anstupsen, aber wenn du am Bremsen bist, ist nicht mein Problem, okay? Scheiße. Tilo. Ich werd schaufeln. Ich hab zwar gerne etwas Glowstone, aber das hat der Jonas sich ja schon alles gesnackt. Nein, nicht alles. Ja, ja, der Jonas ist hier durch die Hölle gegangen, nur um... Ich hab ein Krümel Glowstone abgebaut. Boah, cool, ich will Soul Sand haben. Soul Sand. Gib mir den Soul Sand. Jonas, man kann sich doch so komisch auch aus Feuer so Kettenhemd-Rüstungen craften. Soweit ich weiß, gibt's Kettenhemden noch nur im Creative.